So Freunde, herzlich willkommen zu einem wunderschönen neuen Video. Wir werden jetzt heute einmal Counter-Strike spielen. Gehen wir hier rüber ins Spiel rein. Und dann gucken wir mal, wie es aussieht. Ob ich denn heute überhaupt das noch drauf habe oder nicht. So, okay. Ich mach mal hier ein bisschen den Ton lauter vom Spiel. Damit man auch was hören kann. Nicht ganz unwichtig. Oh, und dann geht's los. Okay. Das sollte jetzt schön funktionieren. Klack. So, was läuft da? Wir haben auf jeden Fall... Dass die Terroristen gewonnen haben, ist eine gute Sache. Ich werde jetzt versuchen, mit der AWP ein bisschen zu spielen. Gut, vielleicht kann ich ja dann doch die Leute hier wegnehmen. Ah, guck mal. Da ist schon einer. Na? Oh Gott. Was war das denn? Der kam so geflogen. Hä? Der ist doch am Cheaten oder was? Was hat das denn für ein Müll? Habt ihr das gesehen? Das war doch voll so ein... Cheat-Müll. Das hat total verwirrt, dass er plötzlich auf einen zufliegt. Ja, das ist wahrscheinlich wieder in den öffentlichen Servern so. Was ist das denn? Ach, ja. Oh Mann, ey. Da kommen ja echt Erinnerungen hoch an das Spiel. Sehr, sehr cool. Wo ist denn hier der Letzte? Hat er die Bombe? Nee. Hat er nicht. Was hat er vor? Katalysator. Na, gucken. Bin auf jeden Fall gespannt. Ich denke, sie haben ihn gleich. Ja, die Bombe haben sie auf jeden Fall gesichert. Da kommt er nicht mehr ran. Ja, wenn er es da durchkriegt, dann sehen sie ihn auf jeden Fall. Ah, Nuba. Ah, guck mal. Hätte was werden können. Hätte was werden können. Aber, naja. So, okay. Steigen wir weiter rüber ins Spiel. Ich habe gerade eben ja gesehen. Ah, da von links kommen sie halt recht schnell. Da, hast du es gesehen? Schon wieder sein Müll da mit diesem Fliegen. Was ist das für eine Sache? Also, das geht gar nicht klar. Also, es nervt auch mega. Da, guck mal. Ach, komm. Da brauchst du gar nicht mitspielen. Das ist so ein Blödsinn. Alligator. Eigentlich eine andere Karte. Lass mal das spielen. Was war das denn für ein Blödsinn, ey? Fliegt ja erst mal auf dich zu. Das macht keinen Spaß. So ist das, geht das nicht. Ja. So, das zwei. Da schauen wir mal, was da abgeht. Uh. Auch eine sehr starke Waffe. Oh. Das ist das, wenn man nicht so viel, das ist nicht so die Treffsicherheit hat, aber mir rumslipern möchte. So. Und ich freue mich schon auf die erste Runde. Ich habe schon Ewigkeiten keinen Counter-Strike mehr gespielt. Und jetzt hier auch noch auf das zweite. Das ist so cool. Das gefällt mir gut. So. Oh. Hat sie ihn erwischt? Das ist eine gute Idee. Er ist gleich weg. Ah, das hast du dir noch gesehen, oder nicht? Das schafft ihr nicht, Freunde. Ja, das war's. Feierabend. Jawohl. Terroristen gewonnen. Ich weiß gar nicht, wo ich bin. Ja, das ist okay. Damit komme ich zurecht. Ja. Da seid Igel. Nehmen wir auch mit. Das ist auch kein Thema. Sehr, sehr gerne. So. Hier hat keiner Lust reinzugehen. Den müssen wir begleiten, der hat die Bombe. Okay. Vorsicht. Ai, ai, ai. Ich habe gar nicht so viel Munition. Das ist nicht gut. Okay. Ich muss die einmal nachladen. Oh, shit. Die Bombe muss ich haben. Ja, guck mal. Ah, shit. Ich glaube, ich habe ihn noch erwischt, oder? Ja, habe ich ihn noch bekommen? Ich glaube, ich habe ihn einmal erwischt, wenigstens. One hit, 108 damage. Ja, er hat mich einmal getroffen. Ach, schade drum. Ärgerlich. Na, was willst du dann machen, ne? Kannst du machen, nix. Egal. So. Lass mal, lass mal es zur B laufen. Weil die Leute, das ist ja ein Teamplay-Spiel. Das muss man ja sagen. Wenn man jetzt hier einfach so random mit anderen spielt, dann bringt das immer nicht so viel Sinn. Aber. Das hat auf jeden Fall schon mal gesessen. Hinter der Tür sitzen sie auch immer gerne. Ich erinnere mich auf jeden Fall. Na, komm. Er war auf jeden Fall auf dem Spawn. Ah, shit. Schade, schade, schade. Läuft. Aber man kommt schnell wieder rein. Schockt schon. Ist geil. Gefällt mir gut. Gefällt mir gut. Also, ich sterbe zwar, aber ich nehme mir auch ein paar Leute mit. So. Ich weiß gar nicht, ob das wirklich damals so war, dass wenn du nämlich mit der AWP schießt und dann wechselst, schnell zur Pistole wieder zurück, ob das dann wirklich schneller geht. Das weiß ich nämlich nicht mehr. Wieso kann der so doppelt hüpfen? Ach, die sind auch hier alle am Cheaten. Dann macht er kein Ding. Nee, die sind alle am Cheaten. So, gehen wir mal A lang. Gucken, was das wird. Oh Gott, oh Gott. Oh, 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 oh. Der saß. Die waren recht schnell. Die Bros, die waren recht schnell. So, ich habe die Bombe. Guck mal, das ist gut. Das ist gut. Ich gehe mit. Ah, kurz. So, einfach mitgehen. Einfach mitgehen. Ich lege die Bombe. Oh shit, oh shit. Okay, okay, okay. Ich habe sie. Na los, komm, 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 komm. Jawohl. Schön offen platzieren. Ah, es hat geklappt. Oh, da ist eine AWP. Die nehmen wir doch gleich mal. Ja, meistens kommen sie hier nochmal. Links sollte sicher sein. Ja, doch, das sollte klappen. Na, komm. Oh shit, da war er doch. Aber wir haben trotzdem gewonnen. Das ist ja egal. Bis zur letzten Sekunde muss man auf jeden Fall, muss man beschützen. Aber ich hätte auch überleben können. Das wäre auch gut. So, zwei gehen auf jeden Fall nach B. Das ist auch gut. Ne, nehmen wir mit. Ah, ist das ein Spiel. Da kannst du die ganze Zeit spielen. Bringt schon Spaß. Mal schauen, ob da einer ist. Der Trouble möchte. Musst ja mal so ein bisschen gucken. Ja. Die scheinen B gar nicht so zu interessieren. Eher A, ne? Gefällige Sache. Da hinten. Da um die Ecke könnten sie kommen. Ah, jetzt, 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 jetzt. Ja. Komm, komm, komm. Da kommt gleich einer. Bin mir sicher. Was ist das? Wieso kann ich mich nicht bewegen? Oh. Wo sind die? Wo sind die? Nur noch zwei über. Oh, die scheinen arg zu sein. Arg kurz. Wo ist denn die Bombe? Vergott noch mal. Das muss ich leise sein, Freunde. Jawohl. Wir haben ihn. Gut gemacht. Top. Freut mich. So. Alles klar. So, dann lassen wir hier gehen. Oh ja. Warte. Vorsicht, Vorsicht. Warte. Hier können wir. Ah, fünf Schuss. Nicht so viel. Einmal nachladen. Er kommt, er kommt, er kommt. Er kommt, schön. Den hab ich. Oh, shit. Schade. Ah. Mit Kopfhörern spielen ist sowas super wichtig. Damit du die hörst. Wenn sie kommen. Den hätte ich haben können. Ai, ai, ai. Geil. Das bringt Spaß. Wichtig ist immer nur, dass du mehr Kills hast als Tode. Aber, naja. Dafür das erste Mal wieder Spiele ist eigentlich okay. Ich bin zufrieden. Ist okay. Ja. Jawohl. Aber dennoch, also ich... Erinnert mich so ein bisschen. Nebem, früher. Nebem, bei Musik hören die ganze Zeit. Spielen. Spielen. Und... Ganz wichtig. Nichts für die Schule tun. So war das vorher. Ganze Zeit Zeit für Computerspielen. Aber nichts für die Schule tun. Ganz wichtig. Ganz wichtig. So, Bombe auf jeden Fall. Gegen hoch. So. Okay. Ja, komm. Leute, Leute. Was ist da los? Er steht mir die ganze Zeit im Weg. Nein. So. Was geht hier ab? Oh, oh. Das sieht nicht gut aus. Na, kommt da einer oder was? Oh, oh. Ist er... Oh, shit. Hat er doch ein paar erwischt? Oh, da kommen wir. Ich bin mir sicher. Oh, shit. Oh, shit. Nein. Okay, den haben wir. Ich glaube, das war es mit den Kollegen hier. Aber da liegt die Bombe. Die sollte ich mal nehmen. Vorsicht. Oh. Nee, da ist auch keiner. Da ist es halt. Er strampelt. Er ist so laut. Komm. Nenn ich jetzt wandern. Komm. Komm, 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 komm. Bombe, 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 bombe. Das wird's. Okay. Er ist... Er guckt A lang. Dann gucke ich B. Äh, kurz, meine ich. Bestimmt um die Ecke. Bin ich mir sicher. Gibt bestimmt einer von denen. Ah, kurz. Safe. Ganz klar. Ist so ruhig. Ist merkwürdig. Nicht mehr so viel Zeit. Jawohl. Perfekt. Damien. Nice. Nice. Wieso schnappt sich... Schwirfen sie die Bombe weg? Sag mal, was ist denn los? Ah, was haben wir hier? In der Mitte? Ah. Ah. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Ah, komm. Was für ein Müll. Was mach ich denn auch? Ist so blödsinn. Ärgerlich. Ah. Was mach ich denn auch da? Echt? Was für ein Shit. Ah, ärgerlich. Naja, aber im Sport, dass man sich aufregen, ne? Oh. Schön umzingelt. Das war's, Kollege. So, wo ist denn der letzte? Da. Immer noch da? Wenn der das geschafft hat, verstehe ich nicht. Guck mal, wieso fliegt denn der? Das macht doch gar keinen Sinn. Im doppelten Hüpfen. Also habe ich noch nie gesehen. So. Jetzt sollte das doch reichen. Okay. Oh. Vorsicht. Guck mal. Shit. Ah. Warte, da kommen sie auf jeden Fall. Also. Warte, 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 warte. Warte. Also, jetzt könnte ich mir das vorstellen. Komm, Bombe rein. Jawohl. Den habe ich. Also, ich glaube, ich weiß nicht. Habe ich ihn gek... Habe ich ihn erschossen oder nicht? So. Jetzt aber nochmal. Die sind recht schnell, muss man sagen. Die können echt schnell sein. Wenn man fix unterwegs ist. Da kommt mal jetzt auch der. Jawohl. So. Rein, 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 rein. So. Jetzt muss man aufpassen. Da oben könnte jetzt einer durchkommen. Guck mal. Oh, shit. Ja, ich habe ihn. So. Jetzt müssen wir mal gucken, müssen wir mal gucken. Einmal rüber. Ah, shit. Ah, ich glaube, ich habe mir die AWP gekreist. Sehr schön. Jawohl. Sehr gut. Hopp, 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 hopp. So. Direkt schießen. Na, komm, nicht davor laufen. Komm, 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 komm. Wieso ist denn da keiner in der Mitte bei denen? Das ist ja schon merkwürdig. Gut, danke. Ich unterstütze mir mal bei... Ah, kurz. Ah. Da kommen die aber auch schon direkt. Ah, verdammt. Okay. Ah, ich hätte ihn fast gehabt. Schade. Ich habe das Gefühl, man kann weiterhin in diesem Spiel Ewigkeiten und so viel Zeit damit verbringen. Fürchterlich. So, kommen die jetzt über da rüber. Das wäre durchaus möglich, ne? Ne, das war es schon. Schade. Oh, Mann. Hoppa, hoppa. So, einmal hüpfen. Einen Hüpfer kriegen wir doch. Huh? Shit. Ah, Mann, ey. Egal. Okay. So, einfach nur für ein bisschen Rückblick, muss man sagen. Ein bisschen Counter-Strike 1.6. Vielleicht hat auch der eine oder andere mal wieder ein bisschen Lust auf diese Geschichte. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ich würde mal zum Zeigen wieder gut. Und ich werde es ein bisschen weiter für mich üben. Wir sehen uns im nächsten Video. Lasst gerne ein Abo und Like da. Für den YouTube-Algorithmus. Oh, ihr müsst euch nochmal aufstoßen. Ciao. Ciao. Bis zum nächsten Mal.